In diesem Video zeige ich dir, wie du die Trophäe bzw. den Erfolg unter den Tisch in Biomutant ganz easy bekommen kannst. Dafür musst du im Story-Verlauf einmal so weit sein, dass du Glibbo kennengelernt hast. Von ihm erhältst du dann das Fahrzeug, mit dem du dich hier einmal auf den Nassinseln ganz frei bewegen kannst. Und anschließend musst du im Verlauf der Story auch nochmal hier in dem Punkt Sinkding vorbei. Da gibt es auch noch einen Schnellreisepunkt, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Markier dir den, so kannst du später auch nochmal hin zurück. Und wenn du im Rahmen der Story den Schlucker kennengelernt hast, erhältst du nämlich anschließend die Möglichkeit, für ihn noch eine Nebenmission auszuführen. Schlucker hat unwahrscheinlich großen Durst und steht auf Radium-Sirup. Und er möchte das Ganze aber nicht nur in Flaschen, sondern am besten im Tanklaster serviert bekommen. Und bzw. er braucht halt einfach große Mengen. Und ja, diese Nebenquest, die führst du dann einmal aus. Du suchst dann sozusagen diesen Tanklaster. Und da gibt es halt noch ein paar Gegner, die musst du hier einfach zur Strecke bringen. Und anschließend legst du den Tanklaster frei und hast dann die Möglichkeit, einmal mit dem Ergebnis und mit dem Radium-Sirup zurück zum Schlucker zu kehren. Dort musst du jetzt anschließend noch ein kleines Trinkspiel mit ihm ausführen. Und wenn du das dann gewinnst, ich glaube, das kannst du auch gar nicht verlieren, das ist nur so ein kleines Quicktime-Event. Und dann erhältst du dafür die Trophäe unter den Tisch. Ich hoffe, das Video hat dir an der Stelle weitergeholfen und du hast nun auch die Möglichkeit gehabt, die Trophäe bzw. den Erfolg zu bekommen. Wenn du weitere Videos rund um den Platin-Guide zu Biomutant suchst, dann schau mal unten in der Videobeschreibung bzw. über die Infobox habe ich dir einen Link eingestellt. Da findest du alle Videos. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.